Es funkelt und glitzert. In Moskau sind im Kreml mehr als 500 Schmuckkreationen aus dem Hause Bulgari zu bewundern. Die italienische Luxusmarke zeigt in der Ausstellung Juwelen, die die mehr als 100 Jahre lange Geschichte des Hauses nachzeichnen. Ein ganz besonderes Schmuckstück, der Verlobungsring von Elizabeth Taylor. Als Elizabeth Taylor entschied, den Ring zu versteigern, um das Geld für den Kampf gegen Aids zu spenden, schrieb sie eine Notiz an den neuen Besitzer. Trage ihn mit Liebe. Sie liebte Schmuck, besaß ihn aber nicht, denn sie hatte dazu eine Theorie. Niemand kann ein Funkeln besitzen. Die Entwicklung des Bulgari-Stils kann anhand der Ausstellung nachvollzogen werden. Einige der spektakulärsten Kreationen von Bulgari sowie Stücke aus dem Archiv des italienischen Hauses, die noch nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, sind noch bis zum 13. Januar in Moskau zu bewundern.